Und Leon und ich hatten kurz am Montag telefoniert oder so und da haben wir schon gesagt, irgendwie eigentlich sehr schade, dass wir diese Sendung halt Nacht vor dieser KUO-Grafik aufgenommen haben. Also KUO ist doch als Analyst hier irgendwie nach vorne geprescht Anfang der Woche und hat mal so eine komplette Jahresgrafik aufgemalt, so was uns alles erwartet in diesem Jahr. Ja, und das gibt ja einiges an Zeug her und ich habe schon als erster Gedanke, weil es wird schon ein volles Jahr. Also das ist, glaube ich, unbestritten, wenn da irgendwie nur so, wenn das alles eintreten soll, dann ist das recht vollgekleistert, weil Timo hat schon recht, also die WWDC kommt, dieses März-Event kommt und das ist der Auftakt für Hardware, die sich halt von der Uhr bis über die Telefone, iPads bis zum Mac erstrecken wird. Und wenn dann jetzt neue Geräte dazukommen, Bildschirme und so weiter. Also Software ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ich bin da durchaus gespannt. Also iOS 13 erwarte ich halt schon den Fokus auf dem iPad und da bin ich, also das ist durchaus interessant, wenn das wieder so ein iPad-lastiger Release wird, was sie dann diesmal angehen. Weil dieser Zwei-Jahres-Rhythmus, der ist sehr, ich finde den sehr kritisch. Also das letzte Jahr so wirklich ganz wenig einfach beim iPad passiert ist, das war nicht gut, weil das hat auch so ein bisschen diese tolle Hardware vom iPad Pro, von den neuen, so ein bisschen einfach irgendwie so ein bisschen überschattet. Und man kann das fast zweierlei bewerten. Also du kannst sagen, die Hardware, die war einfach top letztes Jahr beim iPad. Die Software war halt unverändert und daher war sie nicht so top, muss man einfach sagen. Und deswegen mal gucken, ob sich das Bild dieses Jahr ändert. Aber da haben sie sich sicherlich viel vorgenommen, weil das, also iPad kannst du nicht auslassen dieses Jahr. Also das wäre, das wäre eine Ohrfeige. Aber wie gesagt, die Mac-Geschichten scheinen jetzt auch einfach wieder zu drücken. Es ist halt zum Beispiel Multitasking auf dem iPad, wenn du YouTube dabei hast. Ist jetzt YouTube so eine Arschloch-App, die irgendwie kein ordentlich Bild im Bild unterstützen mag und hast du halt so ein Drittel von deinem Fenster, hältst du das iPad quer, hast du ein Drittel davon, YouTube ist alles schwarz. Ja, so. Wenn du halt Fenstern keine freie Größe gibst, dann bist du so eingesperrt, ja, in dieses Raster. Es hat jetzt auch nicht irgendwie die Windows-Welt im Sturm genommen. Die sind zurück zu den Fenstern. Ja, also ich weiß nicht, ob das eine schöne, gute Richtung nimmt. Was sagt denn der Quo noch? Ach, der sagt so viel. Und wir wussten ja noch gar nicht, dass der auch in der Lage ist, fantastische Grafiken zu entwerfen. Wo finde ich die? Oh, ich weiß nicht, wo der Montag wurde, die weiterhin durchgereicht und die verdient wirklich besondere Beachtung, weil, ich meine, man muss ja immer sagen, das ist ja sehr nüchterne Bankhaus-Analyst, ja, sehr nüchtern für Investoren, Geld, ja, Geld, Dollarzeichen. Das ist einfach nur Business. Und dann bringt ihr einfach eine Grafik, die also wirklich mit allen, mit allen Regeln der Kunst gestaltet ist. Da ist einfach alles dabei. Die hier? Das müsste ein Schweinchen draufzusehen sein, die ist super zum Beispiel. Genau. Also das, da, das ist einfach fantastisch. Das ist so ein Schweinchen. Beste, also die ist so liebevoll gestaltet, auch mit der Schrift. Alle, alle Gerüchte müssen in diesen Stil kommen. Das ist wirklich, ist ganz hervorragend. Kleiner Text, große Grafiken, alles beschrieben. Also ab jetzt nur, Business-Präsentation ab jetzt nur noch mit dieser Grafik, bitte. Basti, wenn du so eine Grafik in deinen Meetings bringst, da bist du dein König. Ich denke, das sollte ich mal machen. Also das kannst du einfach nur satirisch machen direkt. Also das ist wirklich super. Nee. Ja, aber ich meine, der ist halt volle, was er da auffällt, ist ja volle Breitseite. Und ich meine, iPhone, iPhone war jetzt nicht, war nichts Besonderes. Das ist das, was bis jetzt schon durchgekaut wurde. Er hat seinen Tipp abgegeben. Schweinphone, oder? Das ist so. Ich meine, das ist halt schon chinesisch angehaucht, die Grafik natürlich. Wieso hat die Watch, wieso hat die Watch so ein, ist das ein Hase oder ein Känguru? Der Hase, unklar. Känguru, unklar. Also Kuro hat sich auf Lightning eingeschossen, das heißt, Für das iPhone, ja. Vertraue seiner Prognose. Insofern USB-C kann man für dieses Jahr vielleicht tatsächlich vergessen. Wenn es denn so hinkommt. Ansonsten der Rest von den iPhone-Sachen ist ja zur Genüge durchgekaut gewesen, glaube ich. Wo es halt wirklich, und iPad war interessant, dass er diese neue 10,2 Zoll Displayformfaktor in den Raum wirft, ohne näher zu erklären. Das ist natürlich ganz interessant, wenn sie das Standard-iPad tatsächlich noch einen Tick größer machen würden. Die Frage ist halt, womit geht das einher? Weil ein Redesign im Sinne des iPad Pro wirkt arg verfrüht. Also ich meine, Face-ID und Homebutton rauswerfen, das in den 300, 400 Dollar iPad, ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber auf der anderen Seite, das Display vom Bestehenden zu vergrößern, also ich bin sehr neugierig. Und wenn sie da ein bisschen am Formfaktor feilen und tatsächlich Homebutton und so weiter auch noch beibehalten sollten, das iPad ist ja, das ist ja eigentlich ein feines, dieses Standard-iPad ist ja eigentlich eine schöne Sache. Und das ist das Einzige, die diesen wilden Preissprünge noch nicht mitgemacht hat, die im letzten Jahr so viele andere Produktreihen erwischt haben. Und ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, vielleicht macht es dann in diesem Jahr auch einen Preissprung. Aber schauen wir mal, was da aufgefahren wird. Vielleicht sehen wir es ja dann Ende März auch schon. Aber nette Kleinigkeit halt. Ich bin neugierig auf dieses neue iPad auf jeden Fall. Und gut, iPad Mini 5 scheint ja einfach nicht allzu spektakulär zu sein. Ein Produkt in unserem Line-Up. Und schauen wir mal, ob da halt, ich meine, mit Pencil-Unterstützung ist das vielleicht ganz nett, aber wahrscheinlich auch nicht allzu weltbewegend. Es scheint ja festgelegt, dass das alte Design da fortgeführt wird. Also alte Design im Sinne von halt Fingerprint und irgendwie Rahmen draußen rum und so weiter. Also das scheint sich ja nicht zu tun. Deswegen gehe ich auch echt stark davon aus, dass die, in Anführungszeichen, Edo-iPads, also die preiswerten Geräte, auch das Design beibehalten werden. Ja, weil sonst müssten sie ja schon in die iPad Pro-Kiste greifen letztlich. Und dann bewegen wir uns halt woanders. Ja. Ja, und die spannenderen Prognosen, und die waren ja sehr spezifisch, und da ist er jetzt ja wirklich der Erste, der da einfach mal konkrete Sachen aufgefahren hat, ist nämlich einfach vor allem dieses neue MacBook Pro mit 16 bis 16,5 Zoll Display. Also das kam ja jetzt aus dem Nichts und ist eine sehr, sehr spezifische Prognose und natürlich sehr weitreichend, weil das ja zumindest nach seinen Informationen bedeutet, dass wir dieses Jahr ein wirklich komplett neues MacBook Pro sehen. Und ich meine, das ist jetzt das letzte, liegt drei Jahre zurück. Das war das 2016er MacBook Pro. Das letzte Redesign, umfassende Redesign. Und das wäre schon relativ, also nicht allzu fix, aber relativ schnell jetzt eine Neuauflage. Und natürlich mit den großen, die große Frage, die sich sofort in den Raum geworfen hat, natürlich wird halt auch die Tastatur angefasst, weil... Die Tastatur nicht anfassen, da kommen die Krüger rein. Die Tastatur lieber nicht anfassen. Ah, ist das richtig. Also mal sehen. Und größeres MacBook Pro ist halt auf der einen Seite, ich bin so ein bisschen hin- und hergerissen, weil auf der einen Seite ist natürlich, ist das sicher interessant und ist sicher auch sinnvoll, da was noch anzubieten. Und ein bisschen, also ich meine, so viel der Rahmen, den das Display jetzt hat, ähm, der schwarze Rahmen, den das Display jetzt hat, ist schon relativ klein beim MacBook Pro. Also, das irgendwie komplett randlos zu machen, ja gut, wirst du es ein bisschen größer bekommen. Aber ich meine, erstens müssen wir die Kamera auch noch irgendwo unterbringen und, äh, ja, mal sehen, was sich Apple da ausdenkt. Also ich, auf dieses MacBook Pro bin ich auf jeden Fall, bin ich extrem gespannt. Ähm, weil das, ja, ist vor allem, ähm, ist halt die Grundlage für das, was halt wir aller Wahrscheinlichkeit nach dann an Notebooks von Apple in den nächsten Jahren auch sehen werden, weil wenn das, ja, wenn das jetzt einfach das, das 16er als einziges neu kommt, ähm, und dann werden wir all diese Designneuerungen, die das hat, werden wir dann früher oder später auch im Rest in, in abgewandelt, davor mitunter aber auch halt sehen. Ich meine, hat das eine Touchbar, hat es keine Touchbar. All diese, all diese Diskussionen der letzten Jahre werden praktisch in diesem neuen Modell beantwortet, weil das halt den, die, die, die Richtung halt zeigt. Hat es überhaupt noch Tasten, wo, 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 oder hat es schon das Display als, als Keyboard? Klappbar, das wird alles direkt, weißt du, ist ein so ein klappbares Display. Genau, machst du auf, hast du so ein Display. Ja, voll gut. Ja, klar. Das wäre sehr gut. Das wäre, das ist Sci-Fi, das, das geht noch nicht. Das ist, ähm, nee, aber ist lustig jetzt, dann sagen, kommt er hier daher und sagt, ja, 16 Zoll Notebook und so ich, und wir fragen uns nur, sind die Tasten kaputt? Ja, was ist da drin? Ähm, naja, und für Alex sehr wichtig ist die Frage nach dem Display. Hey, da steht 31,6 Zoll 6K, 3K. Ja, ja, äh, ich hätte, ich hätte echt nicht erst 2015 anfangen sollen zu sparen, ähm, ähm, monatlich hunderte von Euro zurückzulegen. Ähm, das ist echt ein, echt eine spannende, äh, Spendenfrage, weil ich mag diese Apple-Display, ich hab, ich schaue ja immer noch auf eins, ja, und das ist jetzt mittlerweile irgendwie elf Jahre alt, zehn Jahre alt oder so, ähm, und, äh, das hat mir gute Dienste geleistet, muss ich sagen. Also, ich, ich würde gerne wieder eins kaufen. Ähm, ich weiß halt, dass das, wenn das in 6K kommt, äh, mit keinem wahrscheinlich meiner Rechner, nee, sehr wahrscheinlich, nee, sehr sicher, äh, mit keinem meiner Rechner zu betreiben ist. Ähm, zumindest nicht, wenn du irgendwie diese Auflösung dann auch nutzen willst. Und deswegen, ähm, wenn dieses Display kommt, dann, das würde schon, äh, das würde schon sinnvoll sein, da auch den entsprechenden MacBook dazu anzubieten, was halt auch diese Schnittstelle bietet, die das Display dann betreiben kann, was dieses neue MacBook Pro wäre. Ähm, haben wir das mal nachgerechnet? Was, was sind denn 6.000 mal 3.000 mal 24 Bit? Was haben wir dann? Viele Bits. Also, ich hab, ich hab, ich hab Leuten zugehört, die das gerechnet haben, und die sagen, die letztjährige, 2018er, äh, MacBook Pros, die würden das so über ein Kabel nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, man muss mal gucken, also, ich, man weiß ja nichts über dieses Display, bis auf eine Größe jetzt, und vielleicht halt diese Auflösung, die genannt wurde, ähm, und die Technik, die da drin steckt. Ich hab das mal eben, nee, reicht nicht. Ja, ja, also, es, es wäre ja auch nicht, nicht super besonders, also, es ist dann einfach so, du kaufst dieses Display mit einem neuen Rechner, und der neue Rechner kann das dann, das ist der Mac Pro, und das kann das neue MacBook Pro dann sein, die den betreiben können. Ähm, wieso steht denn der Mac Pro hier nicht auf der... Doch, der steht da ja. Der steht da, oder? Der steht da, ja, ja. Weil der kommt ja dann zur WWDC vorgestellt, und Ende des Jahres wahrscheinlich... Wo stand der denn der Mac Pro? In der Mitte. Ganz in der Mitte, ganz... Ah, ja, ja, ja. Neben dem Blümchen. Den sieht man gar nicht, weil die anderen zwei Sachen sind so spektakulär, dass der Mac Pro ist einfach so... Zu dem sagt er ja auch nichts, ja. Es steht einfach Mac Pro. Es steht doch nicht mal All-New-Design-Mac Pro. Wir haben ja über die Schraubendiskussion hier gesprochen. Ja, kurz. Schraubendiskussion. Schrauben bei Mac Pro. Die New York Times, ja, ja, ja. Achso, die Schrauben. Hatte über Texas die Mac Pro-Produktion berichtet, dann fehlte eine Schraube, und dann hat irgendwie die Mac Pro verzögert und so weiter. Ich habe heute gerade einen Bericht in so einem Bloomberg-YouTube, also so ein Bloomberg hat einen YouTube-Kanal, und da machen sie so Features von Städten, und da haben sie über Shenzhen einen Bericht gehabt, und dass du halt irgendwie, dann hast du mit so Start-up-Gründern dort gesprochen, die sagen, das ist halt geil, ich kann halt irgendwie rausgehen und kaufe halt sofort irgendwie die Teil XY und kann dann weitermachen sofort. Und ja, und das hat mich sehr daran erinnert, dass das in Texas dann irgendwie nicht so ging. Ja, also ich bin sehr gespannt. Also dieser Mac Pro, der muss auf der WWDC vorgestellt werden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, den irgendwo einem besseren Publikum zu zeigen. Das würde einfach irrsinnig, also selbst wenn du nicht verkaufst sofort, sondern die Vorstellung, die Präsentation, so wie es damals auch mit der Tonne gemacht haben, dann haben sie ja auch zur WWDC gezeigt. Kommt halt später im Jahr. Haben sie es, ja, mit dem iMac Pro haben sie es auch gemacht. Aber ganz im Ernst, wenn sie jetzt nach zwölf Jahren hingehen und sagen, pass mal auf, wir haben mega den geilen Mac Pro. Der sieht übrigens so aus und in vier Jahren könnt ihr ihn kaufen. Ganz im Ernst, dann nimmt es dir doch keiner mehr ernst. Nee, nee, nicht in vier Jahren. Also das geht schon einher damit, dass ich glaube, dass die zur WWDC zeigen und dann ist der halt am 31. Dezember 2019 ist der dann halt irgendwie an die ersten Kunden ausgeliefert. Also der muss schon kommen auch dieses Jahr. Ja, sonst macht es keinen Sinn, den zu zeigen. Also, ja, ja. Das ist klar. Ich bin immer noch gespannt, wann der ARM-Switch kommt. Also ich meine ... Selbst Intel hat ja jetzt gesagt, dass der ARM-Switch kommt. Also wirklich der Letzte, der das irgendwie hätte sagen können, hat jetzt gesagt, dass dieser Switch kommt. Und sie haben sich auch nächstes Jahr festgelegt. Was ich spannend finde, weil der Zeitplan macht ja hier echt den entscheidenden Unterschied, was die Anschaffung auch so von neuen Macs und so betrifft. Bei TSMC, dem Fertiger von den Chips, ist neulich ein kleines Upsi passiert. Wenn du so Silizium bearbeitest, da machst du irgendwie Pampe drauf, belichtest die Pampe, spülst die Pampe weg, machst die nächste Schicht drauf und so weiter. Und von dieser Chemikalie haben sie eine schlechte Batch erwischt und haben einen Schaden angerichtet mit kaputten Chips von einer halben Milliarde Dollar. Bis es gemerkt haben, das dauert ein paar Wochen, bis es da durchfährt. Und haben sie am Ende gemerkt, die Chips gehen alle nicht so hoch. Schade, haben sie irgendwie ... So ähnlich wie so ein Inzident in so einem Restaurant, wo alle irgendwie Durchfall bekommen. Nur mit ... Mit mehr Geld. Mit, genau. Ja, gut, kann man machen. Ich weiß nicht, ob das Chips für Apple waren oder was. Wer weiß es schon. Ist ja bitter. Naja. Die ... Was haben wir hier noch drin? Dieses Display ist halt interessant, weil das ... Fahren sie die gleiche Route noch mal wie bei den letzten Displays, die sie hatten. Dass da ein Thunderbolt-Dock drin ist. Gibt es das gleiche Display auch mit einem iMac hinten drauf? Was kostet es? Was passiert, wenn man da einen nur 5K-fähigen Mac dransteckt? Kann man den überhaupt dranstecken? Ja, also was kostet es? Also viele Fragen zu dem Display für Alex. Kosten ist klar. 6K, 3K. Ja, Kosten muss man mal sehen. Also die Technik, die da drinsteckt, das wird sicherlich eine spannende Geschichte. Ich bringe einen Punkt ein, den ich persönlich unterbringen muss. Mich würde ja ernsthaft wundern, obwohl ich sehr schwierig wahrscheinlich vom jetzigen Informationsstand finde, wie das umgesetzt werden soll. Aber dieses Display müsste eigentlich, müsste eigentlich perfekt mit dem iPad zusammenarbeiten. Es wäre sehr, sehr quatschig, wenn du letztes Jahr irgendwie groß auf die, auf die, trommelst, dass die iPads jetzt irgendwie an externen Bildschirmen arbeiten können. Es war sehr, sehr quatschig. Hast du recht, ja. Nein, nein, nein. So wie sie es gezeigt haben, war es Quatsch. Es war, es war Quatsch, aber es war halt eine große Ankündigung. Das spricht jetzt auch hier cool mit Displays und so weiter. Und da fehlen uns ja noch Puzzlestücke. Also iOS 13 wird da sicherlich hoffentlich einiges nachschieben. Aber wenn sie dann selbst ein Display ein halbes Jahr später bringen, oder ein Jahr später, dann muss das auch mit an iPads funktionieren. Also das ... Was passiert dann da anderes, als was sie da gezeigt haben? Also was sie gezeigt haben, war halt so ein Display, wo irgendwo einsam in der Mitte mit monster-schwarzen Balken ein iPad-Display rübergespiegelt wird und kaum eine Software unterstützt den zweiten Screen. Also wenn sie das machen wollen, dann müssen ... Ich erinnere noch mal hier an das Samsung Dex, was ich mal erzählt habe. Was tatsächlich ... Ja. Nicht mehr Hallo, Hilfe. Mir ist kurz die Stimme weggeblieben. Was tatsächlich theoretisch ein fantastisches Konzept ist. So dieses, ich schließe mein Touch-Gerät irgendwo an und habe plötzlich externe Eingang-Methode und habe plötzlich ein vollwertiges Rechnung. Und das stellen wir uns mal vor, hey, wir machen plötzlich ARM-Macs. Und das ganze macOS läuft dann ja auch auf dem Armzeug. Und eigentlich mit diesem ganzen Noir-Marzipan ist das eh alles plötzlich dasselbe. Ob das jetzt eine Fullscreen-App auf einem Touchding ist oder ob das plötzlich eine App ist, die plötzlich in so einem Fenster ist. Vielleicht brauchen wir dann auch gar keine unterschiedlichen Gerätetypen mehr, sondern dann machen wir wirklich so den Surface. Wir stecken nur noch unseren Rechen-Core irgendwo in, der ein Touch-Display mit drin hat, irgendwo rein und plötzlich ein großer Bildschirm, externe Tastatur und wir haben unseren finalen Rechner. Könnte ich mir vorstellen. Also wäre auch nicht die abwegigste Idee für viele Leute. Traust du Apple sowas zu? Dass sie es machen oder dass sie es hinbekommen? Beides. Nein. Ich weiß halt nicht. Also ich meine, ich finde dieses Konzept auch super, aber ich weiß nicht, ob das so ein Konzept ist, was eine große Massentauglichkeit hat. Also ich meine, wer um alles in der Welt will das denn machen? Also wer will, ja, wer will sein Gerät an irgendeinem Display? Welche Leute schließen überhaupt Geräte an Displays an? Ich meine, das ist einfach genug. Das Feedback an Leo-Ed. Also ganz im Ernst. Ich weiß schon, unter den Hörern werden es viele sein und ich mache das auch. Aber wenn du das auf die breite, bitte kein Feedback schreibst. Weil du das auf die breite Masse einfach mal umwälzt. Weil die Leute sind doch... Ja, schon. Das Konzept Monitor ist schon... Die Leute, die Leute. Ja, aber wenn du dir mal die Leute anguckst. Die Leute haben 2002, haben sich nie die Überlegung gehabt, boah ey, ich stecke mir so ein Riesentelefon in die Hosentasche. Sondern ey, wenn das so klein ist, wäre voll gut. Und die große Masse, die würde niemals so ein großes Telefon benutzen. Doch, jedes Schwein nimmt heute so ein Riesentelefon her. Und wenn du den Leuten aber die Möglichkeit gibst. Und da bin ich dann natürlich wieder bei Alex und Timo. Also wenn dann, muss dieses Ding einfach mit einem iPad zusammenarbeiten. Nicht irgendwie Kabel und hier und den richtigen Dongle und blablab. Sondern das muss einfach... Am besten gehe ich in die Nähe von diesem Display und der Rest passiert von selbst. Und dann liegt da eh mal eine Tastatur. Und also, dass ich mir irgendwelche Kabeleien vorher machen muss, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass das jeder einfach machen kann. Weil es gibt genug Leute, die 90% ihrer Sachen auf dem Tablet oder auf dem iPad machen. Und dann für die anderen 10%, die einfach darauf nicht so richtig geil sind, an den Rechner gehen. Weil es da besser funktioniert. Und wenn du da einfach sagen musst, du brauchst nicht iPad und ein Laptop, die auch voneinander nichts wissen. Und sich nicht vernünftig miteinander synchronisieren. Und was weiß ich was. Sondern, wenn du das machen möchtest, dann machst du pssst. Und dann funktioniert das einfach auf dem anderen Gerät. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute das tun. Und wenn... Schauen wir uns mal so ein iPad Pro an. Das ist verdammt nochmal sehr, sehr, sehr leistungsfähig. Und dann machen das vielleicht auch die Leute, die irgendwie was leistungsfähigeres wollen. Und die halt in der S-Bahn oder im Zug oder im Park oder im Café irgendwie mit ihrem Finger oder ihrem Pencil irgendwelche Sachen skribbeln. Aber wenn man halt sagt, oh, jetzt muss ich ja doch irgendwas Ernstes machen, dann pssst. So wie vorhin. Und dann ist es plötzlich auf dem großen Display mit externen Eingabegeräten. Das hängt aber alles nicht an der Hardware und an der Verbindung und Zeug, sondern es hängt an dem, wie eingeschränkt die Software ist. Also wenn ich jetzt irgendwas, sobald ich irgendwas Komplizierteres machen muss, dann muss ich, brauche ich öfters mal einen größeren Bildschirm. Aber selbst wenn das der größere Bildschirm, wenn das ein 27 Zoll iPad wäre, ich könnte die gleichen Aufgaben nicht erledigen. Zum Beispiel, weil ich keinen richtigen Browser mit Developer-Modus habe. Ja, natürlich. Aber deswegen, das haben wir ja immer noch nicht. Ja, aber deswegen sage ich doch vorhin. Wir haben auch beim, wenn wir jetzt diesen 31,6 Zoll Bildschirm dort haben und wir haben da ein iPad dran gesteckt. Das Software-mäßig passiert da nichts. Der kann ja nichts. Aber deswegen sage ich ja, diese ganze Marzipanisierung, die funktioniert ja theoretisch in zwei Richtungen. Also dass eine iPad-App halt plötzlich ein Fenster in einer, nennen wir es mal noch Mac-App wird. Wo läuft es dann? Läuft es auf dem Mac oder auf dem iPad? Auf dem iPad. Den Mac gibt es ja nicht mehr. Den natürlich gibt es. Den haben wir schon vor drei, fünf, fünf Jahren wegrationalisiert. Der wird halt noch verkauft. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, was, falls es irgendwie so kommt mit der Marzipanisierung. Die Geschichte, die uns Apple dazu erzählt, die interessiert mich schon auch. Weil ich sehe da noch keine runde Geschichte, wieso wir das jetzt machen. Ja, also was haben wir denn davon, von dem Marzipan? Ich meine, Marzipan sehr gut. Ja gut, andere Diskussion. Marzipan schreckliches Zeufelszeug. Komm, halt. Intervention. Ich habe das Gefühl, dass wir an dieser Stelle schon mal gelandet sind. Déjà vu. Nee, aber was, wohin das dann führt und auch wieso jetzt, also das Display, das sie da jetzt bauen, das muss ja auch für, ich weiß nicht, vier Jahre muss das ja gut bleiben vielleicht. Nee, elf Jahre. Das muss für elf Jahre gut bleiben. Und nur dann investiere ich. Und nur dann züge ich den Geldbeutel. Das endet in Tränen für dich. Ich weiß, ich weiß. Und ich weiß es heute schon. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass das 23-Tal-Cinema-Display, das Tod war, wieder funktioniert und seitdem jeden Tag auf meinem Schreibtisch nur im Einsatz ist. Und es ist das Beste, ne? Es ist das ganz Alte, weißt du schon, das einfach auch so wunderschön war oder immer noch ist. Also elf Jahre, easy. Ja. Schauen wir mal.